Heute wollen wir ein paar Päckchen auspacken, die gekommen sind. Und zwar ein neues Mikrofon, das ich jetzt gerade schon verwende. Aber jetzt das Auspacken schauen wir uns dann erst noch an. Dann habe ich was besorgt gegen die Mökenplage, die ich zurzeit abends hier in meinem Büro habe. Und weil T-Shirts so schön nicht nackt machen, habe ich auch davon wieder ein paar bestellt. Und zwar nicht irgendwelche blanken T-Shirts, sondern mal wieder eine Runde Nerdshirts. Was mir nebenher aufgefallen ist heute, ist, ich mache dieses YouTube-Video-Gedingsse jetzt schon seit über 8 Monaten. Ich dachte, es ist noch nicht mal ein halbes Jahr und sieh da, über 8 Monate. Am Anfang war es ja so dieses, keine Ahnung, ob es überhaupt jemand anschaut. Ich mache das nicht für euch. Nein, ich mache das hauptsächlich für mich. Dann hat sich irgendwie nicht so wirklich was geändert. Prinzipiell mache ich die Videos schon auch für mich. Also das Video-Machen an sich mache ich für mich, weil mir das Spaß macht. Aber so eine Bonus-Motivation ist es halt schon, wenn man dann an den Klickzahlen sieht, dass es auch jemand angeguckt hat oder wenn ein Kommentar kommt, das ist das Höchste. Normalerweise mache ich am Anfang von jedem Video ja Cinematics von dem Tag, an dem ich gerade vlogge. Heute nicht. Heute habe ich mal 30 Sekunden zusammengeschnitten mit Cinematics. aus Videoschnipseln der letzten 8 Monate. Go! So, Post ist da. Freue ich mich schon die ganze Woche. Einmal ein Amazon-Päckchen und das andere hier, das sind T-Shirts von Querti. Und zwar hat ja der Till so einen rote Video-Mic Go. Nö, der hatte nicht das Go, sondern der hatte das aktive, wo noch Batterien mit verbaut sind. Aber ansonsten sieht das sehr ähnlich aus wie dieses hier, das Video-Mic Go. Ich mag an sich zwar aktive Mikrofone, allerdings nicht, wenn es ums Vloggen geht, weil da vergisst man sonst womöglich einfach nur, dass man anschaltet. Also wollte ich vermeiden. Deswegen habe ich mich für das Go entschieden. Das normalerweise filme ich ja mit dem Micro. Das Micro ist ein super Mikrofon, kann ich nur jedem empfehlen. Allerdings ist es sehr kurz und bei meinen lauteren Objektiven nimmt das Video-Mic Go durchaus den Autofokus-Motor mit auf. Und der Till hat festgestellt, dass mit seinem Mikrofon das Ganze nicht so ausgeprägt ist. Und das liegt wohl daran, dass das Mikrofon länger ist. Das heißt, die Tonabnahme weiter vorne stattfindet. Und weil man ja solche Mikrofone dann immer direkt vergleicht, machen wir genau das jetzt. Das Micro ist drauf. Wir haben mich die ganze Zeit mit dem Micro überhört. Und ich switche jetzt mal schnell um. So, selbe Aufnahme, selbe Kamera. Also es war sogar derselbe Take. Ich habe die Aufnahme nicht beendet, um das Mikrofon zu wechseln. Und jetzt haben wir das Video-Mic Go obendrauf. Und ich bin schon gespannt, ob das von der Qualität her gleichbleibend sind. Ich habe mir so ein paar Videos auf YouTube angeguckt, wo die beiden Mikrofone verglichen werden. Und meiner Meinung nach war die Aufnahmequalität absolut identisch. Also ich konnte keinen Unterschied mehr hören. Mal schauen, ob das der Fall ist. So, jetzt aber zu den T-Shirts. Auf die freu ich mich schon die ganze Zeit. So, ja, da hat der Johannes wieder neue Nerd-Shirts und kann vor den alten mal ein paar aussortieren. Aber ich bin auch mal überlegen, ob ich da nicht mal so ein klein Battle mache mit anderen YouTubern, die ich so angucke, die auch Nerd-Shirts haben. Mal so gucken, was die so haben. Wäre mal auch eine Idee für ein Video. Zeigt eure Nerd-Shirts. Wenn jemand von euch, der meine Videos anschaut, Bock drauf hätte, ruhig in den Kommentaren schreiben, weil ein Nerd-Shirt-Vergleichsvideo wäre echt cool. Würde mich interessieren. Jetzt hoffe ich halt, dass die Mücken dann ihren Weg auch da reinfinden. Noch hat nichts gebitzelt, aber schauen wir mal heute Abend. Ich habe so ein Ding noch nie verwendet. Und ja klar, ich weiß, dass die Mücke da reinfliegen soll und dann brutzeln. Nur stell mir immer die Frage, weiß das auch die Mücke. Morgen gibt es eine größere Aktion, denn es sollte morgen das Holz für unsere Terrasse kommen. Und dann wird der Johannes eine Terrasse bauen. Und euch nehme ich da dann natürlich mit. Bis dahin sage ich für heute, ciao. Bis dahin sage ich für heute, ciao.